Ich hab mal was zu fressen, was zu trinken, hab ich nicht mehr, Alter. Ich hab dir Angst im Leben. Tannenbaum nervt mal richtig. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Oh, Scheiße. Ja, wo? Ja, ich seh ihn. Hinter dem Feuerwehrhaus. Der hat auf mich geschossen. Auf dich? Hinter dem Feuerwehrhaus. Wo bist du denn? Wo ist das, Mann, Alter? Das ist jetzt aber... Ich seh ihn, ich seh ihn, ich seh ihn. Ich seh ihn, ich seh ihn, ich höre auch mit der Musik. Mach die Musik weg, Mann. Hallo. Was? Was solltet das? Ey, du Schwanzhaar. Könntest du mal aufhören? Boah, das ist ein Musiker. User in your Channel was banned in den Server. Was solltet ich, Alter? Wer war das denn, Alter? Eben so'n Japse. Ich weiß das auch nicht, der hat irgendwie unsere Server-Ips gemacht. So, was ist Spaß hier, Alter? Kommt da mit seiner Ani in den Mangaben? Ich hab mal gebeten, der war in Hombi gerade. Leute, weiter geht's. Der ist immer noch hier. Kevin hat ihn gekillt, dachte ich. Ich hab ihn doch gerade gekillt. Ich hab einen locker gekillt. Echt? Ich hab den gerade gekillt vom Server, deswegen. Unter dem Hombi, oder was? Ja, da liegt Small Backpack und Kugelsichere Wäste. Wo seid ihr denn, Alter? Gut, ich hab auch den Gefallen, Alter. Ich hab auch den Desktop, ey. Wollte mich auch ganz spannen. Was wird denn das für eine Scheiße? Halt mal die Fresse kurz. Ist einer in der Police Station drin? Nein. Von uns. Nein, ich nicht. Brauchst du bei der Police Station? Ich hab da gerade Schritte drin gehört. Jetzt bin ich locker tot, ey. Ich hab keine Schüsse. Wow, hier ist einer. Er schießt auf mich, ich bin auch tot. Fuck, fuck, fuck. Wo ist er? Wo denn? Kann ich mal mitzocken hier? Der ist hier neben dem Feuer, ist der, Alter. Hab ihn fast. Ich hab ihn fast. Kevin, du sei auch tot. Du fasst, aber er ist nicht tot. Scheiße, was? Ich geh in Deckung, ich geh in Deckung, ich geh in Deckung, ich geh in Deckung. Also zu 20er Säge. Er ist hinten rechts hinter der Feuerwehr verschwundene Spricher. Fuck, warum bin ich jetzt auch tot? Ich hab hier keinen mehr, Mann. Ich hab ihn ganz oft angehittet. Aber es ist siebenmal. Dann nimmst du den bitte Feuer auf. Ich hoffe, wir können genug fahren. Da sind genug in Säcke. Wir sind wieder um die Ecke. Einen Moment, gleich hab ich ihn. Wo ist er denn? Er ist schon wieder hinter verschwunden. Wer schießt denn hier? Hinter der Feuerwehr. Hinter der Feuerwehr zum dritten oder das vierten? Ja, hinter der Feuerwehr. Ja, hinter der Feuerwehr. Ja, da war ich noch einer, ey. Zum kotzen. Der landet auf dem Truck, ey. Halt doch mal die Klappe, bitte, du Scheiße. Das ist hier doch kein. Der liegt ja doch dumm rum und guckt auf dem Truck immer noch. Hinter der Feuerwehrstation. Der guckt auf dem Truck drauf. Rennt. Hinter der Feuerwehrstation ist der doch gar nicht. Nein. Hey, hinter der Feuerwehrstation. Ich seh grad keinen. Ja, weil du auch hier, das ist auch nicht Feuerwehr hier, du Vogel. Ach, Dreck. Links daneben ist der. Ja, wenn du davor stehst. Kommt der raus? Kommt der rumgekrabbelt? Da weißt du nicht mehr, ne? Ne, Mann, da kommt keiner. Ich decke grad die Straße komplett ab, Mann. So. Scheiße, mein Loot. Oh, schon. Nimm auch meine Hämmer mit, damit ich den keine... Bist der beim Humvee gestorben, oder nicht, Mann, halt? Humvee ist komplett frei, Alter. Auf dem Humvee bin ich gestorben, ey. Ja, da kommt er nicht hin, keine Sorge, ich steh hier. Wo ist unser Mac-User, der soll mal von rechts gucken. Bin am Dach. Ihr müsst doch einfach schon... Da war einer schon hinter dem Feuerwehrhaus hergehen und dann sozusagen, wenn du dahinter stehst, rechts ist der dann direkt. Weißt du den Namen noch? Wo kann ich nicht um die Ecke gehen einfach, wenn er da steht? Guck die ganze Zeit so... Ne, ich hab jetzt nicht auf Kraft, der doch nen Namen. Guck du doch mal rechts da vorne, Alter, nicht. Dann geh du hier und sammle die Sachen ein, dann guck ich hier. Ich schau nach... Ach. Dann geh da irgendwie von hier... Friendly. Friendly, Alter, du Striche auf, keinst, Mann, Alter. Schau einfach ja, und dann knallen wir ihn ab. Deck weiter die Straße, damit er die Sachen nicht lootet. Ja. Friendly, ey. Dann halt mich ab und sort noch friendly, Alter, die Sachen ruhen so. Hä, hä. Wenn du die Sachen haben. Das Looten tut hier keiner was. Okay, weil da müsste er ja natürlich an meinen schüssen. Ja, einfach fuck you, you kill our friend, ey. Dann hat er noch mehr Angst. Ich hoffe, der ist alleine. Der ist nicht daneben mehr. Oder? Nicht mehr da, Mann. Der ist da, 17. Ich dachte, der ist die ganze Zeit. 17 ist noch auf dem Server. Boi, two, boi, two, boi, alter. Warum ist hier eingebrochen, bei Boulda, die eine Brücke raus nach links? Wer schießt von wo? Ich schieß auf den. Geh doch mal da einer hin. Der ist fast down. Ich hab keine richtige Gun. Ich hab die Kruger, hab ich ein bisschen mit abgeschossen. Der ist jetzt hier der... Ach, Mann, warum machen sie denn down, die Brücke? Welche Brücke sind down? Halt doch mal die Klappe. Oh, Alter. Hast du ihn gesehen, Mann, Alter? Ich kann den übelsten um mich latschen, ey. Hast du ihn gesehen, Mann? Ich bin jetzt mittlere Straße. Nicht, dass du mich hier überrascht, Alter. Haus... Ja, der mittlere Straße. Auf dem Haus direkt danach. Hier, am Haus liegt der da. Oder lag der an dem nächsten, was nachher Dingens kommt. Nachher Feuerwehrstation. Ist auch weitergerannt. Keine Ahnung. Ähnlich, ich bin jetzt am Humvee. Soll ich am Dach bleiben, oder? Weiß ich, wo er ist? Und dieses... Scheiß Licht geht die ganze Zeit dunkel, Mann. Größte Mist. In nichts bei Nacht. Gar nichts. Ich hab schon mal deinen Compact Scope. Hab ich schon mal. Der war fast tot, ey. Ich krieg grad Leben, oh. Grüße. Von wo? Ich muss ein bisschen der schießen. Ist jetzt gewesen, ey. Ey, Christoph, komm ran hier, Alter. Sorry. Du denkst blöd rum, ey. Ja, ich schau grad nur. Sorry. Ja, aber wenn der da hinten irgendwo ist, dann bringt das nicht, wenn du da vorne rumschaust, Mann. Sammeln hier schnell die wichtigsten Sachen ein, Mann, Alter. Der Scheiß nicht verloren geht. Ich kann nichts einsammeln, gar nichts. Ich kann alles einsammeln. Komm ran hier und sammel das C-Mac und so'n Stuff einmal, Alter. Mein Scheiß ist das C-Mac. Ja, Scope hab ich schon, Alter. Danke. Gut, ey. Ich hab ein Meteor-Backpack gefunden, yay. Hier, loot den ganzen anderen Stuff, Mann. Meine ganzen Hammer und so, die möchte ich auch gleich wieder mitnehmen. Ich hab Sainter-Sack. Komm, ich sofort hoch. Ja, nimm den Sainter-Sack mit, Mann, und dann kannst du noch mehr looten. Kevin, ich komm jetzt von mittlerer der Straße. Ich kann einen noch in einer Hähne hinabgeben, ey. Siehst du jetzt irgendwo den Typen hier? Ja, ich werd grad angeschossen, Alter. Das Übelste, Mann. Wo ist der denn? Ich bin tot, Mann. Keine Ahnung. Er hat sich an der Seite... Hab ihn, hab ihn. Ey, Mann, Alter. Wir sind alle direkt an ihm vorbeigelaufen, ey. Ich dachte, er war ja in diesem Haus dran. Hab ich euch doch gesagt. Ja, ja, aber du bist ja an ihm vorbei. Du hättest ihn eigentlich sehen können. Na, ich bin nicht an dem Haus hergegangen. Nimm mal bitte mein Stuff auch mit, Mann, Alter. Ja, der hat doch mal das... Ich hab doch mal das... ...schluch, Schüsse. Schüsse schon wieder. Ich muss hier irgendwie eine Gun von dir nehmen. Ich hab keine Gun mehr. Das ist das Problem gewesen. Nimm dir, ja, nimm den Large Backpack, Alter. Ich kann ja schon nix mehr nehmen, Mann, Alter. Noch wer, oder was? Ja. Leute, der Loot auf dem Humvee ist in drei Minuten weg. Ich hab's schon am Humvee. Ich hab alles eingesammelt, alles. Ich kann schon nix mehr einnehmen, hier sind viel zu viel Stuff. Dann schmeiß unwichtigen Bursche draus, Mann, Alter. Ja, Moment, ich muss nur schauen, dass ich hier nicht geholt werde. Das gibt's doch nicht, Alter. Ich hasse die Nacht, die ist so scheiße. Jetzt hätten wir unsere Night Visions morgen können, ey. Ich hab da keinen einzigen in der Nähe, Alter. Nicht mehr annähernd. Ich hab hier noch welche. Ich renne gerade hoch von Boulder aus. Ich hab Rocky Fort, Alter. Ich hab auch alle in Rocky gehabt, ey. Bis auf eine noch im Boulder und die bringe ich jetzt auch nach Frosty, ey. Ja, ich hab einen hier. Ich kann schon nix mehr aufnehmen, ich hab jetzt lauter Waffen hier. Eigentlich müssen wir so verteilt haben, ey. Rocky Fort, Winestone, Boulder City und Frosty. Ich kann schon noch auf dem Weg so halt safe haben. Sollten wir warten, bis ihr wieder da seid, oder? Ja, klar. Sammle alles ein, versuch's. Ich hab noch irgendwas. Tschüss, der. Wo? Weiß ich nicht. WAP! Auf dem Dach oben, seh ich. Hab ich. Hast du? Down? Ja, Mann. Gut. Ja, ihr sammelt einfach die wichtigsten Sachen ein, Mann. Waffen und Munition. Scheiß auf Kugelsichere Westen, die findet sehr unmaß. Scheiß auf Rutschwecke. Ja, ich hab schon die Waffen alle eingesammelt. Okay, ich nehm jetzt noch die Schutzwesten, weil das ist das Einzige, was sich noch lohnt. Ey, ohne Witz, Schutzwesten sind nicht so wichtig, Alter. Nimm für jeden einen mit, den Rest lass liegen, Alter. Ja, ich hab aber schon genug. Ich hab jetzt voll Rucksack. Jetzt müssen wir nur irgendwo disconnecten. Hast du noch? Hast du meinen Scope mitgenommen, Alter? Ja, meinen Scope hab ich, glaub ich. Oder? Zwei Stück musst du haben, zwei Stück musst du haben. Ja. Ich hab die ganzen Lute eingesammelt jetzt. Irgendwo in Deckung gehen. Hast du auch meine Scopes oder sein Scope? Hast du gehört, Christoph? Ja. Schüsse. Von der Ecke dort. Sag doch mal ruhig mit deinem Scheißgelaber. Sonst zieht doch jetzt gar keine Scopes, die Scopes. Ja, leck mich jetzt. Wir sterben jetzt alles weg. Die kommt von links, äh, von rechts, da hinten komme, ich weiß wo. Ach, schön. Von, ähm, bei der Praxis da hinten, und zwar, wo wir gerade hingegangen sind, vorbeigegangen. Hab ich gesehen, als Mündungsfeuer. Praxis? Ja, hier, wo wir jetzt gerade sind. Ja. Da hinten in der Ecke war er. Auf dem Berg, oder was? Nein, hier direkt. Ich hab's gesehen, da. Da, da, da ist er doch schon. Pissen ab, ist nicht tot. Ruhig, die schaut doch einfach genau aus, wie hinterm Zaun. Sagt einfach hinterm Zaun. Hab ich ihn, scheiße. Äh, Connected Flot, ey. 131, oder was? 83, oder so. Ihr habt mit eurem Scheißgelaber und ein Gesinger. Das könnt ihr bitte sein lassen, dann, in solchen Situationen. Dauert Ewigkeiten, bis ich da bin, alter. Hittt keinen. So. Wie lange wird's eigentlich gekillt? 3, 4? Hab ich den jetzt gelegt, oder nicht? Das weiß ich nämlich nicht. Hab einfach Angst und chill da. Ich komm auch sofort wieder. Habe Angst. Ich dachte nicht, ob du den hast. Ich hab mir jetzt übelst angehittet, aber ich weiß nichts. Dann, teuer, Sack, in Dynamite. Hallo. Ist es immer noch nicht vorbei. Go. Ich sehe, wo er steht. Ich hab gerne nur Zombie-Sagor ist das Problem. Geh einfach. Der weiß eh, wo du bist. Ich bin auf dem Weg, ey. Ich bin jetzt in der Praxis drinnen. Kannst du, hast du schon gelootet, oder was? Kann ich gerade nicht, weil die Zombies sind aggro und ich hab jetzt... Ja, warte mal. Er trott sich auch nicht dahin, sag ich. Aber wär schon gut, wenn du den irgendwie sagt, wo er ist, weil... ...dann könnte ich nämlich nicht direkt vor seinen Nachseher rennen und du könntest den Loot einsammeln. So wie... Der war gerade bei der Feuerwehrstation. Okay, ich bin oben auf dem Berg gespawnt. Auf was die Beine ist. Oh, ist dein toll. Er lebt immer noch der andere. Echt jetzt? Oh je. Ach, kuck. Ich hab ihn so oft angehitet. Ich dachte, ich hab ihn. Soll ich den empfeilen? Kommst du? Ach, nein. Nein. Nimmst du noch auf, Alter? Weißt du, was geil wäre? Wenn wir einen Autopilot einstellen könnten, das wär cool. Das wäre überhaupt nicht lame in diesem Game. Einfach nur, dass der da hinrennt. Da ist noch einer. Da kommt einer vom Berg auch gerannt. Noch einer. Okay, vielleicht ist den doch gekillt, meinst du nicht? Aber da kommt jetzt noch einer. Der will bestimmt den Loot haben. Ja, der ist bestimmt ein Pumpe von ihm. Geht lieber einfach darum, dass es noch zwei sind. Oder ist das sein zweiter Account oder so? Geh mal raus und töte den. Der kommt jetzt. Warte mal. Ich glaube, ich ist gerade jemand in die Praxis reingegangen. Warte mal. Wenn du den jetzt nicht tötest, dann ist er vor mir bei den Waffen. Na, wo bist du jetzt gerade? Guck doch den Pfeil nach. Auf dem Berg. Genau da ist er. Genau vor mir. Genau gerade auf dich zu rennt er. Von Berg aus runter jetzt. Locker ist es hier so ein Typ, den er hier mal irgendwann hatte. Oder ist es ein anderer komplett? Aber wer weiß. Er rennt aber straight dahin, wo die... Normalerweise geht man erst in den Police Station, aber er nicht. Na doch, er geht Police Station. Oder? Er ist immer wie ein unentschlossener Typ. Der geht Police Station. Sei vorsichtig weiter. Okay. Ich wollte nichts machen, ey. Ich hatte keine Waffe. Kommst du denn ohne Waffe zu einer Schießerei, Alter? Der Typ war schon gespawnt irgendwann mal, weil ich mich vertan hatte. Der hatte nichts dabei dann. Achso, du hast nichts. Ich dachte, du hast was. Oje. Sachen wiederholen, ganz einfach. Hol sie dir wieder. Du sagst, du hast ihn hier draußen erschossen. Das kann ich jetzt überprüfen, ob du ihn hier draußen erschossen hast. Ich glaube mich nicht. Es war noch auf jeden Fall einmal ein Schuss. Ich weiß noch nicht, ob das von dem war oder nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall übelst angehittet. Ja. Der ist... Oh, warte, ich weiß, wo er ist. Er ist beim Ambulanzauto, wo meine Sachen liegen. Da ist er und lootet mich. Lootet gerade? Er lootet gerade? Warte, warte, warte. Lass mich gucken. Lootet er? Ja, nee, jetzt ist er nicht mehr so fertig. Er guckt dich an fast. Wo? Ja, von da, wo du gerade draußen geguckt hast. Das war richtig. Ja, da ist er oder wie? Ja, er guckt mich an. Ich sehe ihn nicht. Ich gehe einfach hinter dem Geräusch oder dann kommt er nicht klar. Ich sehe ihn nicht. Wo ist er? Hinter dem Auto. Also hinter dem Auto. Kommt noch einer, es kommt zwei. Geh weg, geh rein. Wow. Der andere kommt jetzt rein. Und genau jetzt. Noch drei. Scheiße. Ich lebe noch. Verdammte Kacke. Jetzt haben sie mich gesehen. Ich bin gespottet. Ich bin tot. War klar. Alter. Ich habe noch überlegt angehittert. Ich habe noch drauf geschossen. Ich habe bis sofort gesehen, dass der kommt. Ich habe keiner mehr hier. Ich habe nicht mehr jemanden hier in der Nähe. Das ist das Problem. Robin, wie weit bist du? Nochmal Schüsse. Robin? Ich habe versucht, sie mit Candy Canes zu töten. Das hat nicht geklappt. Ach, Scheiße, Mann.